mein verhasster 3 gegen 3 modus schon wieder die einfangsrückler sind immer noch da gut seit dem letzten match sind nur 10 sekunden vergangen aber hätte sein könnt so spontan bug fix so der schluss war nicht so gut gebe ich zu nicht gewicht gewinnen hier stirbt stimmt mit wachkehner was springt er dazwischen und blöcke meine sicht vor allem er hätte ja nicht mehr bekommen da habe ich nur gekocht block von der sicht so einer muss es ja tun hier hätte mich auf ich war so gut im sturm warum gehen jetzt beide drauf das sind solche laben mehr ich sehe das schon ja nicht auf die fans die wollen beide nur tore abstauben und dadurch verkaufen wir es dann ne stark jungen ich regle mal muss der video spiel kohann wieder ran was wird hier bloß so nämlich Okay, das gleiche, was ihr jetzt seid, behindert. Oh, so knapp. Scheiße. Leute, macht doch mal was Gutes. Mist, hab ich auch falsch abgeschätzt. Wie alle anderen auch. Hör mal hin. So, nach vorne. Na, guter Schuss, muss ich sagen. Leute, wenn ich hier daneben fliege, wäre gut. Oh, den wollte ich auch nicht so ganz hässlich spielen. Aber gut, einer meiner Leute hätte ja mal warten können. Und da ist es wieder, der Rückstand. Ja, Teamplay, also los. Da, da stand er viel zu dicht, ey. Das war auch klar, dass der Ball übrigen gelupft wird. Der, der im Tor ist, der muss auch darauf achten, dass er immer wieder rechtzeitig vor's Tor rennen kann. Also, fahren kann. Oh, was für eine Parade, Leute. Kriegt er keine hoch, der Junge. Oh, wieso bin ich denn im Tor? Ich weiß ja wenigstens, dass ich das nicht kann und bin deswegen im Sturm. Boah. So. Nein! Was für eine Parade, ey. Scheißdreck. Oh, sehr gut, habe ich gefälscht. So, wieder einmal nach vorne. Schade. Sehr gut, nicht daneben geflogen. Ist das hier schon was wert? Mist. Was kommt ihr jetzt von hinten angesprochen? Ihr habt doch gesehen, dass ich da bin. Idiot. Nein, so knapp. Oh, was für eine Parade. Und gleich der Konter. Scheiße. Ja. Super Team. Ihr habt's gerissen. Ja. Was war das denn? Er fährt einfach vorbei. Pass. Na, egal. Ja, ich habe keinen Bock auf GG. Das war nicht gut. Gleich neues Match suchen, ey. GG Orange. Halt mal deine Fresse, du hast nichts gerissen. Schlimm sowas, ne? Bitte 2 gegen 2. Nicht 3 gegen 3. Ich hasse es so sehr. Ich habe da immer Lamm im Team. Oh, schade. Ich dachte, da fällt keiner hin. Das ist immer das Genialste. Ich springe echt immer daneben. Wenn da ein anderer noch hinspringt, wisst ihr? Ich bin halt irgendwie immer irritiert und kann es nicht mehr abschätzen. Das ist voll schlimm. Hätte ich den bekommen, wäre der drin gewesen. Ohne wenn und aber. Und dadurch, dass der eine so rumgehüpft ist, war ich irritiert, bin daneben gesprungen und... Äh. Naja, der Rest kennt ihr. Oh, was der geil. Richtig knapp. Ich dachte nicht, dass der reingeht, ehrlich gesagt, aber... Ich bin nicht böse drum, dass der da drin ist. Mal wieder ein 3 gegen 3 gewinnen, wäre mal was Feines. Da zum Beispiel. Das hat mich total irritiert, dass er da so rumfliegt. Wow. Was für eine Parade. Gut, sorry, da konnte er nichts für. Wird weggestoßen. No, schieß doch richtig drauf, man. Sowas muss man immer nutzen. Ich muss mir merken, dass ich... Oder mir angewöhnen, dass ich da vernünftig zum Ball springe, auch wenn da irgendeine andere Leute rumturnen. Ich muss genau auf den Ball ziehen. Ich darf mich nicht ablenken lassen von denen. Ich kann nicht drumherum her. Ohoho. Knapp, knapp. Wird mal einer zum Ball von euch? Irgendwer? Nutzt die... Nutzt die Chance. Nein. Doch, geil. Boooom. Haben die beiden gut gemacht. Schön. Schade. Hätte ich gewusst, dass sie hier stehen bleiben, hätte ich den natürlich anders geschossen. So schön hochgelopft. Nein, das ist kein Nitro mehr. Oh, scheiße. Wäre ich da gewesen, hätte ich ihn reingemacht. Ja, das ist immer so die Suche nach dem Nitro, ne? Kann er aber auch das Genick berechnen, aber ohne den Nitro hat man auch keine Chancen. Mist. Oh oh. So, wer ist mein Gegner wegraben? Na, wieso war ich denn da zu schnell? Shit, 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 den hätte ich doch kriegen müssen. Da habe ich jetzt keine Ausrede für, da habe ich einfach Quell ab. Ja. Erstmal Kollegen reinschubsen. Kommt, Leute. Ja, mach ihn. Oh, sauber. Ja. Cooler Schuss Boah, knapp Fast daneben und fast nicht gehalten Oh, und bei mir fahren sie jetzt natürlich gleich, ne? Ich habe was toll gezielt Schade, wäre daneben gesprungen, wäre das ein Untergang gewesen So, jetzt nicht nachlassen mit dem Druck Ah, ich glaube, wir gehen daneben, ne? Ah, scheiße Hab ich schlecht getroffen Ja, mach ihn einfach Alter, sauber Läuft er doch noch mit euch, Leute Und dann geht das raus, perfekt Unfair, aber perfekt Oh, sehr geil Nein, doch Wie sie alle rausgehen Ups Ah, Loser, die liefen alle Statt aufzugeben oder so Jetzt werden die erstmal geschmär Ist bei, äh, wie bei CSGO Naja, Lappen Bis zum nächsten Part Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal